so meine damen und herren da geht es hier mit der zweiten folge shapeless dreams formlose träume achso nein jetzt kommt dieses jetzt kommt das okay oben steht noch nichts okay ich sag schon mal peter das grüße die werden sie erst kommen dass mich mal hier durch und lo die geht doch wieder lang da gibt es die ich hätte gerne hier raus geholt hallo ich möchte gerne raus und nicht abstürzen abgeschützt ist ich muss dazu laufen wenn du mir das grüßen war die dreck gemälde alter ist klatscht weg ich habe zuerst gedacht wirklich da steht einer aus dieses geschenk gemälde schlüssel er spielt nie mit dem tavier denn das ist verschwendet okay alles schick der gleiche raum wie gerade auch genau das ist auch schon abgesagt klar okay nein Nein es gibt ein Dachboden Ernsthaft Okerspiele ist von 2016 ich hatte wie gesagt Let's Play noch hochgeladen auf dem PC im Jahr glaube ich 2016 oder 17 Okerspiele ja es gab noch 100 stund sagt vier jahre die spiel nicht angefasst ich sehe es auch jetzt schon dass ich da einstürze ich möchte aber ist sogar glatt ok nein als mode kann ich ob hier durchfallen ach das ist das kaminzimmer das modus texten das ist das dicke dass das bibelkopf das ist das hat der bibelkopf war nicht gleich er steht noch nicht drüber gut ich war schon mal vor man sehen wir auch keine laufende trickspuppe hier oben rumlaufen ich weiß noch nicht wo es hier kannst du ich hatte und da karten karten spiele tunne ob es oben ist ein kartenspiel ja wir haben den weg ist so karte aus ich mache jeden tag make up mein mind ja was schick ist natürlich nicht jetzt machen ich habe ja schon mal ich glaube gleich entweder sich darum mit alles gleich er kann mal und so was er will ja aber dieses bild in diesem szenario und diesem haus mit seiner keine ahnung gestörten krankheit ich habe nicht gesagt gestört das ist was die kombination dann war das an zeit im schrank habe ich vergessen wie das zu merken da habe ich irgendeine zahl übersehen kann ich hier auf es gibt eine reine summen kasse da fuk ich hätte gerne mal die kombination für diesen tag safe habe kein back zu google obwohl das kriegst du nicht mit 10 60 50 angeblich 10 10 60 50 60 60 60 60 60 heute ja auch schon das bild nicht gleich von land jetzt komme ich zum zeit natürlich nicht mehr zurück du fliegst leicht von der wand so war das was du das 1 2 bilder und da muss ich erst die tüte nein kommt nicht ich weiß ich kann die durchgehen es kann auch von dem lesen das kann nicht drückte nicht gemacht werden erst mal durchgucken ist ein bild hier irgendwas anders 3 schüler was kann ich auch nicht anfassen denn es auch da ja moment der teller ist da ja aber der rest davon ist nicht auch was drauf das ist wo die sind die geht mehr zu ja doch recht und gequält ich kann ich jetzt hier das machen haupt rollstuhl haupt stuhl hauptisch nein ist auf sich darum der kugel puppe ich glaube es ist auch mit der kugel puppe die gleich erst mal direkt in die wand laufen wird ja und das Das ist doch der Rohr mit der kleinen Puppe. Was war ich jetzt? Oh, dieses Spiel, ne? Dieses Spiel richtet mich auf. Okay, ich will aber nicht wissen, dass es wieder zwei Teil wird. Junge, wo soll ich denn überhaupt hingehen? Ich glaube, ich sollte nicht links und rechts gehen. Ich glaube, ich nur gerade ausgehen, glaube ich. Das wiederholt sich das hier, glaube ich. Okay. Okay. Okay, das wiederholt sich jetzt. Komm. Du bist nicht verschwunden. Wir müssen jetzt umgeben. Wir müssen tatsächlich aufnehmen. Jetzt können wir kommen. Das ist der Torste. Wir müssen jetzt auch eine Kilo. Für die eine Kilo. Und dann, wenn wir das da jetzt. Zu einem Fakt zu machen. Und dann, wenn man so gut ist, wird man den Tor. hast du einen arsch offen das ding hätte mich töten können das was ich erinnert hat so die sommer druckt hast du nicht ist das schon gut ich komme ja schon aus sicherheitsgründen das ist jetzt kommt die alte nein keiner ich nehme keine post von herrn sie beleidigt vielleicht da kannst du sehen die alle kann noch jemand gehen entschuldigung ich habe nichts gesagt habe ich noch drauf guckt auf einmal komplett hoch das ist ja was an der wend das geht danke für die schallplatte die musik impressionen des künstlers spiel kein spiegelbild zu verarschen mann so kommt drauf und ich muss sich jetzt mitreden ja okay ich habe in die falsche richtung getritt ich weiß falsche richtung hallo du hast mir doch gerade gesagt ich kann dir was greifen so aber kann ich mir alles umgehen ja schockfutter i needed a jar and a plastic tubing i siphoned gas before i knew how it was done i stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth then put the tube in the jar and it just kept coming the taste of copper haunted me the entire night so das ist part 2 ich brauche und jetzt muss ich noch erzählen ich will mir noch das automatisch muss nach links halten und krecken ja 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 na 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 kein und so haben dann gemälde jetzt kommt ein bisschen mehr dazu kann sein ich will jetzt auch ein bisschen mehr glaube ich zumindest gleich soll die oben drauf gehen noch sind zwei flamingos jetzt auch noch dazwischen kein trophy so dass wir unser tanzfläschchen dafür kriegt kein trophäe bis mich verarschen junge und ist immer krank ist das 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 ok ich hoffe auch bei meiner arbeit besser Äh, Entschuldigung. So. Und dann kann ich jetzt natürlich wieder einen Cut machen. Also wenn das so sich so einpendelt, 20 bis 30 Minuten. Okay, die erste Folge hier ein bisschen drüber, weil ich ein bisschen reingelangt habe. Also 20 bis 25 Minuten. Oder vielleicht mal 20 bis 30. Das heißt, durchschnitt 25 Minuten pro Folge. Zwei von vier Sachen... Zwei von sechs Sachen haben wir. Das heißt, vier Sachen müssen. Das heißt, ich habe dann noch eine, zwei drei Stunden vor mir in etwa. Dann wäre ich mit dem gesamten Spiel schon durch. Alias Schiller, meine sehr geehrten Damen und Herren, bedanke ich mich natürlich recht herzlich für das Zugucken. Und wir werden uns dann gleich in der dritten Folge zu Liars of Fear. Und es hat diese Schiller. Wiedersehen.